Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich total, dass ich dieses Video für euch drehen kann, denn das heißt, bald ist Weihnachten. In diesem Video zeige ich euch drei einfache Tricks und Tipps, wie ihr eure Weihnachtsgeschenke last minute einpacken könnt. Ich habe hier heute zwei Weihnachtsgeschenke für meine Mitbewohnerinnen, denn wir machen heute Abend eine gemeinsame WG-Party und ein Weihnachtsgeschenk ist für meine Mama. Und ja, die drei Möglichkeiten des Einpackens, die ich euch zeige, sind einmal eine klassische Möglichkeit, dann habe ich noch eine etwas exotische Möglichkeit und drittens, ich würde es die Bonbon-Variante nennen. Ja, das ist so die dritte Methode. So, hier habe ich einmal was für Kati. Ich hole es mal raus. Das ist einmal eine neue Kaffeetasse und dann habe ich noch ein paar schöne Weihnachtssocken hier besorgt. Und die wickele ich hier so rein in die Tasse und ja, packe das dann ein. So, die kommen jetzt einmal hier rein und das kommt wieder in die Box und wird einmal verschlossen und mit Teesettel hinzugeklebt. Jetzt braucht ihr Geschenkpapier. Da habe ich hier im Discounter das hier gekauft. Ich finde das total schön, weil das hier so von beiden Seiten unterschiedliches Muster hat. Werde ich jetzt nur ungefähr hier abmessen, wie viel ich brauche. Ich finde das immer schwierig, das richtig abzuschätzen. Aber das wird schon funktionieren. So, die kleinen Stücken hier bitte niemals wegwerfen. Das könnt ihr immer noch gut verwenden und wofür, das zeige ich euch später. So, wenn ihr genau wissen wollt, wie viel Geschenkpapier braucht, könnt ihr das immer mal so zwischendrin dran halten. Das hier müsste jetzt für dieses Geschenk reichen. Und dann ja, wie gewohnt halt da. Ich möchte, dass es hier oben keine Klebestelle hat. Durch das hier überkopp einfach mal reinstellen. Die Kanten hier könnt ihr einmal umfalten, dann sieht das nachher ein bisschen schöner aus. Könntet ihr hier auch noch mal abschneiden, wenn ihr wollt, aber ich mache das jetzt nicht. Dann kniegt das einfach mal so um. Okay, jetzt ist es ein bisschen knapp geworden. So, und jetzt, damit das hält, einfach irgendwas zum Gesperren draufstellen. Dann habt ihr hier die offenen Seiten. Und wie beim klassischen Geschenkeinpacken würde ich das hier auch einfach runter machen. Das sind hier so diese Ecken. Ich würde es dann hier nochmal so ein bisschen umbiegen, damit es gleich, wenn ihr es hochfaltet, nicht so doof aussieht. Und dann hier hoch und das hier auch nochmal mit Tesafilm fixieren. So, das gleiche macht ihr jetzt hier auch. Hier mache ich das auch wieder so. So, kann man mal gucken. Okay, das hier würde jetzt so aussehen, deswegen falte ich es hier nochmal einmal so ein bisschen rum. Und jetzt wieder einmal festkleben. So, das hier können die meisten von euch bestimmt schon. Das ist ja wirklich so der absolute Standard. Dann habt ihr hier dieses Paket mit den schönen Tannenbäumen. Und um das jetzt noch ein bisschen schöner zu gestalten, fehlt auf jeden Fall noch Geschenkband. Das ist keine Pflicht, aber Geschenkband ist immer so ganz schön. Das habe ich hier. Und das Papier, was gerade eben übrig geblieben ist, das hier. Und daraus basteln wir jetzt eine schöne Schleife. Also, dafür nehme ich einfach mal dieses Papier, falte das hier so auf dieser, in diesem Durchmesser ungefähr, in dieser Breite ungefähr mal rüber und schneide das hier ab. So, jetzt habt ihr das hier, dann faltet ihr das nochmal rüber. Und da kann es dann festgeklebt werden. So, jetzt habt ihr hier natürlich noch die Seiten und die würde ich einmal von hier so außen zur Mitte falten. Aber davor, damit die Kanten ein bisschen anders werden, das hier auf den beiden Seiten so ein bisschen einfalten und dann hier rüber zur Mitte. Das macht ihr jetzt auf der anderen Seite auch. Jetzt habt ihr hier schon mal so eine Schleife. Es ist ein bisschen ungleichmäßig geworden, aber es ist nicht so schlimm. Und dann habt ihr sie hier und dann müsst ihr die hier in der Mitte am besten das hier so ein bisschen nach unten drehen, hier ganz außen, ein bisschen hochkreuseln. Und das hier ganz am Ende am besten wieder so ein bisschen nach unten drücken. Dann habt ihr hier so eine ganz einfache, simple Schleife gemacht. Und jetzt kommt das hier zum Einsatz und da schneidet ihr ein Stückchen ab. So, machen wir mal so. Und dann bindet ihr das hier drum. Einmal einen ganz einfachen Knoten, einmal überkreuz, unten durch und festziehen, wie beim Schleifebinden. und dann noch mal eine Schleife und festziehen. So, dann habt ihr hier so eine Schleife. Die kommt jetzt hier oben drauf aufs Geschenk. Dafür nehmt ihr einen Tesafilmstreifen. Habt ihr hier und dann nehmt ihr dieses Ende, biegt das hier so ein bisschen rum, das obere, gebt das hier rauf, so dass ihr hier so eine Klebeschleife habt. Und das klebt ihr hier drunter auf diese Schleife. Damit habt ihr quasi euer eigenes doppelseitiges Klebeband quasi gemacht, falls ihr kein doppelseitiges Klebeband habt. Jetzt macht ihr noch mal. Habt ihr hier wieder so ein Stück. Hier unten ist die Klebeseite, oben ist die glatte Seite. Gebt das hier oben, hier auch wieder rüber. So, jetzt habt ihr hier wieder so ein Röllchen und das klebt ihr auf die andere Seite, hier in die Mitte. So, könntet ihr auch hiervon machen, dass ihr hier, hier, hier und hier eins habt, aber ich mach jetzt nur zwei und guck mal, wie das hält. So, und jetzt habt ihr die Schleife und die klebt ihr jetzt hier rauf. Oder ihr könnt sie auch leicht schräg machen, aber ich mach sie jetzt mal gerade drauf. So, jetzt sehen die Seiten ja noch ein bisschen kahl aus, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, könntet ihr dann noch ein bisschen andere Deko für machen. Ihr habt ja hier immer noch ein Stück übrig. Hier habe ich auch nochmal am Geschenkpapier so ein Stück, das könnte man auch nochmal abschneiden. und deswegen werde ich jetzt noch etwas daraus basteln. Schneide ich hier wieder so ein Stück ab. So, ich habe das hier. Ich schneide mir hier auch noch eins ab. So, dann nehme ich erstmal das hier. Da möchte ich auch wieder diese Seite außen haben, weil ich die schöner finde, so im Kontrast mit dem anderen, finde ich, sieht das ganz gut aus, wenn da so diese Komme aus den zwei Papieren ist. Und ich möchte jetzt gerne Herzen draußen noch draufkleben. Deswegen male ich jetzt hier ein großes Herz drauf mit dem Bleistift auf die Seite mit den Tannenbäumen. Okay, okay, es ist ein bisschen zu groß geworden. Dann male ich es nochmal kleiner. Muss nicht schön aussehen. So, jetzt habe ich hier so ein Herz. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und jetzt werde ich versuchen, alle Sachen von außen an dieser Linie irgendwie nach innen zu bieten und festzukleben. Dafür könnt ihr das erstmal ein bisschen mit Abstand abschneiden, so dass dann nur noch so ein Renn von so einem Zentimeter ist. Muss noch nicht so ordentlich sein. Dann werde ich hier, wo diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Kerbe ist am Herzen, ein bisschen reinschneiden bis zu meiner Anzeichnung. Und hier unten auch. An der Spitze. Und jetzt biege ich das alles rein. So, in kleinen Schritten. Das heißt, hier habe ich das erste Mal reingebogen. Kann ich wieder so eine Falte machen. Dann biege ich das nächste Mal rein. So, jetzt habe ich es alles hier wieder umgebogen in einzelnen Schritten und klebe das wieder fest. Ja, das erste Herz ist fertig. Jetzt machen wir noch ein zweites. Hiermit. Dafür könnt ihr auch super echt kleine Geschenkpapier-Überbleibsel verwenden. Also das ist wirklich sehr einfach. Hier machen wir wieder ein Herz. Musik 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 So, jetzt habe ich zwei etwas unterschiedlich große Herzen. Und die finde ich ganz super, weil damit kann ich hier diese nicht ganz hübschen Seiten kaschieren, indem ich das hier einfach so draufklebe. Und auf der anderen Seite kommt auch ein Herz drauf. Und das mache ich jetzt wieder mit diesen Tesafirnrollen. Ein bisschen kurz geraten. Nehme ich noch ein längeres. So. Das hier rauf und hier rauf. Herzchen Nummer 1. Herzchen Nummer 2. Hier die Herzchen hier von oben. Ja. Geschenk Nummer 1 ist fertig. Und ich bin mir sicher, wenn ihr sowas wie so Herzchen nochmal macht und darauf klebt, dass das bestimmt gut ankommt, weil das etwas Ungewöhnliches ist, was man vielleicht noch nicht so gesehen hat. Aber insgesamt ist diese Alternative des Einpackens dennoch die klassische Alternative. Ja, das stelle ich zur Seite. Das ist für Mitbewohnerin 1. Jetzt kommt das Geschenk. Jetzt kommt das Geschenk für die andere Mitbewohnerin. Und zwar ist es auch eine Tasse. Das könnt ihr hier sehen. Auch ein Unikat. Und auch hier ein paar Söckchen. Ich packe das hier wieder rein und wieder in das Kästchen. Täter 5 verschließen. Ja, es ist zu. So. Natürlich gibt es auch immer diese Momente, wo man sich denkt, Mist, ich habe kein Geschenkpapier, aber ich habe ein Geschenk und irgendwie möchte ich es dennoch einpacken. Dafür gibt es natürlich die schöne Alternative, das Geschenk auch mit Zeitungspapier einzupacken. Und ja, deswegen wird dieses Geschenk mit Zeitungspapier eingepackt. Ich hole hier schon mal die Bögen, die ich rausgesucht habe. Also wenn ihr das Geschenk mit Zeitungspapier einpackt, gibt es dann natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was für Papier ihr nehmt. Ihr könnt es lustig gestalten und ein Werbeprospekt mit Toilettenschüssel nehmen für ein Kumpel zum Beispiel. Oder ihr könnt etwas nehmen aus einer Klatschzeitschrift vom Thema, über das ihr mal gesprochen habt. Oder wenn ihr schlau wirken wollt, dann nehmt ihr einfach eine intellektuell wirkende Tageszeitung oder Wochenzeitung. Was ich euch definitiv aber empfehlen würde, ist, dass ihr euch vorher mal ein bisschen durchlest, was so auf dieser Seite der Zeitung steht, weil es sonst auch zu etwas peinlichen Momenten kommen könnte. Ich habe hier mal die Wochenzeitung, die ich bei mir noch hatte, ein bisschen durchgelesen und bin da auf verschiedene Beispiele gekommen, die man verwenden könnte. Und das zeige ich euch einfach mal. Also ich zeige euch einfach mal etwas, was so von den Farben schön aus sah, wogegen ich mich jetzt aber entschieden habe als Papier zum Einwickeln und denn worauf letztendlich meine Wahl gefallen ist. Also Variante Nummer eins ist hier so ein Wissensteil über das Thema, eine Infografik zum Thema Sexualität, Lust in Zahlen. Das kann man natürlich zum Einpacken nehmen, gerade wenn man eine gewisse Botschaft vermitteln möchte. Dagegen habe ich mich jetzt für meine Mitbewohnerin aber entschieden. Also auch wenn ich die Farben hier sehr schön finde mit dem Pink und Blau, wollte ich das jetzt nicht zum Einpacken nehmen. Dann bin ich auf einen anderen Teil gekommen. Da gab es ein schönes Bild. Da stand dann aber irgendwie stand da drunter etwas über Sterben. Das fand ich jetzt als Thema auch nicht so schön. Und dann bin ich auf eine Seite gekommen. Hier irgendwie ist 2020 doch besser als sein Ruf. Das finde ich hört sich schon ein bisschen besser an. Auch hier dieses mit diesen der Wunderkerz fand ich ihn auch ein bisschen schöner. Und hier stand so als Überschrift, Dinner in der Parkbucht und ein neues Organ. Das Jahr hat uns viel gegeben 2020. Und dann sind hier so bis 50 verschiedene Sachen, die 2020 doch nicht so schlecht waren. Und ich habe hier jetzt ein paar markiert. Da sieht man auch nochmal, dass ihr euch Gedanken darüber gemacht habt und euch vielleicht ein bisschen mit dem Artikel beschäftigt habt. Das macht das nochmal ein bisschen persönlicher. Ich kann euch hier ja mal die Sachen vorlesen, die ich hier markiert habe als Sachen. Darin, die in 2020 vielleicht doch nicht so schlecht waren. Der vierte Punkt war hier, die Regierung will das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Dann habe ich noch markiert, das war der Punkt 10. T-Shirt und Jogginghose sind plötzlich komplett akzeptierter Look und zwar für den ganzen Tag und auch jeden Tag. Dann habe ich noch hier die 23. Dank einer neuen Gentherapie der Uni Tübingen können Farbenblinde vielleicht weit Farben sehen. Also das sind halt so Sachen, das fand ich jetzt auch nochmal cool, das zu lesen, weil das ist an mir bis jetzt einfach vorbei gegangen. Und ich denke, dass wenn man sowas als Geschenkpapier verwendet, ist das auch nochmal cool, sich das nochmal zu verdeutlichen, was denn doch für schöne Dinge in diesem Jahr passiert sind. Punkt 39, Papst Franziskus spricht sich für den Schutz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften aus, entgegen der gesamtkirchlichen Position. Und dann habe ich noch Punkt 48, ist das die Bereitschaft zur Organspende ist so hoch wie nie. In diesem Jahr haben in einer Befragung 62% die Entscheidung zur Spende getroffen. Ja, das hier ist das Papier. Hier habe ich noch ein bisschen zusätzliches Papier, da fand ich das Hundebild einfach süß. Ja, da stand jetzt aber drauf, du siehst aus wie ich mich fühle. Ja, ich weiß jetzt nicht, das wollte ich jetzt nicht so als groß nehmen, da finde ich dieses Thema schon schöner. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt das Geschenk hier rein, wie das überkommt, dass das hässliche unten ist Ich überlege gerade nicht, ich will es so haben Ich fixe hier die Falten schon mal mit einem Tesafilmstreifen So Andere Seite auch Hier wieder was zum Schweren drauf Und zukleben So, jetzt habt ihr hier an den Seiten so diese Falten Ich mache dir es wieder über Kopf Und ich würde es einfach nochmal ein bisschen in die Mitte ziehen Aufpassen, dass es nicht kaputt geht hier Das ist leider ein bisschen, ja, empfindlich Okay, und jetzt wird es wieder zugemacht Ja, muss ich leider ein bisschen was von den markierten Sachen abschneiden Sonst wird es hier einfach zu viel So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war jetzt ein bisschen dumm, wie ist das jetzt hier aufgerissen, ey? So, und zugeklebt. So, jetzt habt ihr hier Falten gefalten. Ich kann verstehen, wenn ihr jetzt sagt, so wollt ihr es noch nicht verschenken. Deswegen müssen wir uns jetzt noch etwas überlegen, wie wir das schöner gestalten können, so dass das Geschenk doch auch noch richtig cool aussieht. Und deswegen machen wir da jetzt wieder Schleifen. Hier habe ich noch anderes Zeitungspapier. Und hier werde ich es mal ein bisschen dicker nehmen, als bei dem Geschenkpapier, weil Zeitungspapier ja so dünn ist. Deswegen biege ich das hier jetzt immer wieder rüber. So, dann schneide ich es jetzt hier ab. Klebe das wieder fest. So, und schneide es hier einmal in der Mitte durch. Das ist wieder fest. So, und jetzt könnt ihr das wie gerade eben auch hier wieder einmal in der Mitte raffen. Jetzt habt ihr hier so eine Zeitungsschleife und das macht ihr mit dem anderen auch. Habt ihr auch noch eine Zeitungsschleife und meine Idee ist, wir machen oben eine da, da, da und hier. Also fünf Schleifen, deswegen brauchen wir noch drei. Setze ich das hier auch noch mal. Und hier habt ihr auch eine. So, und jetzt kommt wieder dieses Band zum Einsatz. Muss ich jetzt fünf Stücke abschneiden. Ja, eins ein bisschen länger von ganz oben, die obere Schleife. So, dann möchte ich, dass das hier die obere Schleife wird. Und für die obere Schleife habe ich hier auch noch ein Blöckchen. Das ist von einem Schokonikolaus. Kann man hier auch noch so rum machen. Und hier vielleicht auch irgendwie so ein bisschen festbinden, sodass hier die Glocke dran ist. So einfach, hier so wie so ein Gummiband, über das Ding rüber, drehen und nochmal rüber. Und dann könnt ihr hier mit dem Faden nochmal eine Schleife machen. So, das ist die Schleife für ganz oben. Jetzt machen wir die Schleifen für die Seiten. Da habt ihr hier diese Fäden. Und dann würde ich es auch wieder einfach in der Mitte zubinden und eine kleine Schleife machen. Und dann würde ich es auch wieder einfach in der Mitte zubinden und eine Schleife machen. So, jetzt mache ich wieder Technik-Klebebandring hier drauf. Und ein Klebebandring auf die andere Seite. So, die Schleife kommt jetzt hier mittig drauf. Wie bei dem anderen auch schon. Und die anderen Sachen packt ihr jetzt seitlich ran. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch Sticker draufkleben, so wie ich hier welche habe. Aber nur, wenn ihr halt auch welche habt. Tatarata. Das ist die etwas abgefahrene Variante. Also, das muss ich glaube ich ganz ehrlich sagen. Das könnt ihr nicht jedem schenken. Also, ihr könnt nicht jedem so ein eingepacktes Geschenk schenken. Aber ich glaube, da man so diese klassischen Geschenke schon so gewohnt ist, ist es glaube ich auch mal ganz lustig, wenn ein Geschenk dabei ist, was so eingepackt ist. Und wenn ihr wirklich kein Geschenkpapier habt, aber ihr das so verpackt, werdet ihr bestimmt für einen Lacher sorgen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das trotzdem ganz gut ankommt. So, jetzt starten wir auch schon mit der letzten Variante, der Bonbon-Variante. Hier ist einmal das Geschenk zu meiner Mama. Das ist eine Schallzahnbürste. Und hier haben wir das Geschenkpapier. Und wie immer, bei meinem Geschenkpapier haben wir hier so einen Zipfel übrig. Aber den werden wir abschneiden, aber nicht wegschmeißen, weil wir den später nochmal brauchen. Hier könnt ihr wieder so schauen, wie viel Geschenkpapier ihr braucht. Aber es ist wichtig bei dieser Variante, dass hier der Abstand zur Seite ein bisschen länger ist als normalerweise. Also da könnt ihr euch ruhig ein bisschen mehr Platz genehmigen. Jetzt könnt ihr die Seiten hier wieder umschlagen und festkleben. Ich drehe das hier wieder um, damit hier die Klebestelle unten ist. Hoffentlich fällt nicht alles raus. Mal ein bisschen aufpassen. Wieder ablegen. Und wieder ablegen. Ja, ist leicht schief geworden. Passiert. So, jetzt. Deswegen heißt es Bonbon-Variante. Oder Bonbon. 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 Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Deswegen machen wir jetzt hier auch ein Bonbon draus. Und versuchen, das hier alles vorsichtig zusammenzufalten. Und dass man hier so ein Band rummachen könnte. Und das auf der anderen Seite auch. Und deswegen versteht ihr jetzt wahrscheinlich auch, warum man hier mehr Geschenkpapier braucht. Also, ich überlege gerade, wie ich es mache. Ich glaube, ich teile das in der Mitte. Jetzt falte ich das hier so. Alles ein bisschen ein. Und fixiere das mit Teesackeln. So, und das machen wir mit diesem hier auch. Jetzt, wie alt gewohnt, hier das vorne so ein bisschen zurückbiegen. Und versuchen, hier eine Schleife draus zu machen. Ihr merkt schon, ich stehe total auf Schleifen. So. Ja. Und das macht ihr mit dem hier auch. Und jetzt habe ich mal ein anderes Geschenkband. Eins, was irgendwie von den Proportionen oder von den Größen ein bisschen besser passt. Das hier in grün. Und schneide ich jetzt mal hier ab. Und dann wickelt ihr es hier rum. Und macht hier den Knoten. So. Ganz vorsichtig, damit das Geschenkpapier nicht reißt. Vielleicht nochmal umwickeln. Nochmal Knoten. Und jetzt kann das hier drauf. Die Schleife. Und jetzt macht ihr das nochmal, wie gerade eben, mit der Schleife. Dass ihr die jetzt hier nochmal drauf setzt. So. Und zuziehen, ohne das Papier zum Reißen zu bringen. Eventuell noch mal rum. Und wieder zu knochen. Dann kann die Schleife auf. Und jetzt könnt ihr auch mal Geschenkband kräuseln. So. Ja, so ein bisschen. Ja. Ob das, was hier noch übrig ist an Geschenkband. Kraseln. Und jetzt habt ihr hier noch die Enden. Die muss man jetzt irgendwie versuchen, hier auseinander zu kriegen. Die Schleifen müsst ihr nicht drauf machen. Die könnt ihr auch weglassen. Aber ich finde es eigentlich so ganz cool mit Schleifen. Hier ist dann irgendwie nochmal so ein bisschen anzufassen. Das könnt ihr auch machen. Ja, eventuell schneidet ihr hier so ein Zickzack-Muster rein. Das mache ich jetzt mal. So. Fertig ist das Riesenbonbon. Die Schleifen könnt ihr, wie ich schon gesagt, einfach weglassen. Oder in anderen Farben auch machen. Ich finde es mit Schleifen immer ganz cool. Weil es dann irgendwie noch krass aussieht. Wenn sie weg sind, könnt ihr ungefähr auf der Rückseite sehen. Würde es so aussehen. Das würde meiner Meinung nach auch sehr cool aussehen. Das mit den Schleifen ist halt der etwas überladenere, noch krassere Look. Ja, wie so ein Zickzack-Musterbonbon. Also ich finde es richtig cool. Ja, ich kann euch jetzt ja nochmal alle drei eingepackten Sachen so einen Überblick zeigen. Ich schiebe mir mal den Kram zur Seite. Also wir starten mit der klassischen Variante. Hier mit den Herzchen, die ich so umgefaltet habe, um die Seiten zu kaschieren. Und der Schleife. Das ist Variante 1 hier. Dann die Variante 2. Das ist das hier mit dem Zeitungspapier und diesen ganzen Schleifen. Und dieser Glocke, die ich von so einem Schokonikolaus habe. Und hier so zwei Stickern und ein paar Falten. Das ist so die etwas abgefahrene Variante. Und dann nochmal die Bonbon-Variante. Die hier. Das so aussieht wie so ein Zickknall-Bonbon. Das finde ich auch sehr cool. Ja, die Variante habe ich auch nochmal gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Schreibt mal noch gerne unten in die Kommentare, wie ihr meine Einpack-Methoden so findet. Ob ihr vielleicht noch ein paar Tipps habt, was ich besser machen könnte. Oder wie packt ihr eure Geschenke ein. Würde mich mal interessieren. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Ja, schöne Weihnachtsfeiertage. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich bringe jetzt noch die Geschenke in die Küche. Da könnt ihr mal hier mit reinwandern zu meinen Geschenken. Tata-ra-ta. So, die Geschenke kommen schon jetzt zum Baum. Eine Mitbewohnerin sitzt hier in der Küche. Die werde ich jetzt aber vor euch nicht filmen. So. Und jetzt drehe ich mal die Kammer um. Dann könnt ihr auch mal den Baum sehen. Tada. Hier oben mit der Schleife. Da liegt auch schon was drunter. Das kommt aber nicht von mir. Das kommt von jemand anderem. So. Und jetzt lege ich mein Kram dazu. Die kommen ganz neugierig. So. Das ist nochmal die andere Kameraperspektive. Und da liegen die Geschenke unter unserem wunderschönen Weihnachtsbaum. Und da ist das.